Musik Da gibt es natürlich noch eine Frage. So viele Sinne haben bestimmt auch einen Preis. Richtig. Was meinen Sie denn so aus dem Bauchgefühl raus? Also ich würde hierfür wirklich alles zahlen, was ich habe, weil es sehr bequem ist. Aber den Preis müssen Sie mir trotzdem noch sagen. Okay. Also bei der Kabine liegen wir ungefähr bei zwischen 15.000 und 16.000 Euro, je nachdem, wie man es sich eben konfiguriert. Das ist aber auch das Premiumstück, muss man ehrlicherweise sagen. Wie ist da so die Spanne, wenn ich jetzt nicht ganz so viel Geld übrig habe? Dann gibt es natürlich auch die Einsteigermodelle, wo Sie zwischen 2.000 bis 5.000 Euro investieren können. Oder eben wenn Sie sagen, Sie möchten da doch ein bisschen mehr Komfort haben, dann ist natürlich die Grenzen nach oben offen, wie es bei anderen Bereichen so der Fall ist. Musik 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 Musik